Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht so ganz genau, was in 20 Jahren ist. Und wenn jemand mit 21 fährt, ist er dann Anfang 40, da hat er noch ein paar Tage vor sich oder sie. Und das heißt, dass wir sehr darauf bedacht sind, Kollegen und Kolleginnen auch flexibel zu halten, einsetzbar und im Zweifel vielleicht sogar unterstützen können, irgendwann mal einen anderen Berufsweg einzuschlagen. Das sagt Denise Hain. Sie ist Arbeitsdirektorin der Östra, also dem ÖPNV-Unternehmen in Hannover. Und auch sie hat keine Glaskubel. Wer weiß heute schon genau, was in 20 Jahren sein wird. Aber was man genau weiß, ist, dass die Boomer in den kommenden Jahren in Rente gehen. Und das hat Folgen für Unternehmen wie die Östra. Schon alleine geplant sind es in den nächsten zehn Jahren etwa 700 Mitarbeitende, die das Unternehmen einfach verlassenweise in Rente gehen. Es sei ihnen gegönnt. Darüber sprechen wir in diesem Ideen-Expo-Podcast, aber auch über die Verkehrswende, bei dem der Bus noch eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Warum, das erklärt Denise Hain etwa ab Minute 15. Mein Name ist Martin Brüning. Schön, dass Sie dabei sind. Und jetzt geht's los. Wir sind heute im Herzen des ÖPNVs in Hannover und zumindest im GVH-Gebiet. Wissen jetzt alle, wo wir sind? Und zwar in der Zentrale der Östra. Am Mikro gegenüber sitzt Denise Hain. Sie ist Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin. Und ich sage vielen Dank für die Einladung. Aber gern geschehen. Ich freue mich. Sie haben ja Ihren Berufsweg hier bei der Östra auch begonnen. War das damals Ihr Traum so als Jugendliche, auch mit einer Ausbildung? Oder gab es vielleicht noch ganz andere Träume, die Sie hatten? Tatsächlich war mir klar, dass ich irgendwas mit Büro machen möchte und habe mich ganz viel unterschiedlich beworben. Ich war eine Realschülerin mit 15 aus der Schule. Dann ist das mit, was will ich genau werden, echt schwierig. Was mir relativ, wie gesagt, klar war, dass ich gerne ins Büro möchte. Handwerk war nicht so meins. Und vielleicht war das früher auch noch ein bisschen Stereotyper tatsächlich. Vor dann doch schon so, naja, ungefähr 30 Jahren. Bis dann irgendwann mein Vater, der selber auch bei der Östra gearbeitet hat. Mittlerweile ist er verstorben. Er war lange, lange Jahre hier im Unternehmen tätig. Als Busfahrer hat gesagt, Mensch, bewerb dich doch einfach mal bei der Östra. Du kannst ja deine Ausbildung da machen und dann hinterher mal gucken, was du machst. Gute Noten gab es auch schon immer für die Ausbildung. Von daher dachte ich, mache ich nichts verkehrt. Habe hier gelernt zwei Jahre, habe ein bisschen verkürzt die Ausbildung und dann bin ich hängen geblieben. Und Sie haben ja später dann auch noch berufsbegleitend studiert. Ich finde, das hört sich immer so smart an. Ja, du kannst ja erstmal eine Ausbildung machen und dann studierst du noch nebenbei. Aber in Wirklichkeit ist das ja total hart. Also Sie arbeiten, müssen nebenbei noch lernen. Gut, Sie sind noch jung dann. Das funktioniert vielleicht dann ein bisschen besser. Aber wie hart war das wirklich, also neben dem Arbeiten noch einen Studiengang zu machen? Ich habe ja mehrere Studiengänge gemacht. Nicht so klassisch an der Uni, wie man sich das vorstellt, sondern viel über die Hans-Böckler-Stiftung, die mir geholfen hat. Wer, die hat mir geholfen, meine damalige Chefin in der Rechtsabteilung. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle, die hört nämlich bestimmt zu. Hat mich sehr, sehr unterstützt, hat mir viel Fortbildung angedeihen lassen. Und das habe ich ziemlich schnell nach der Ausbildung auch angefangen. Also ich glaube, ich habe ein Jahr ungefähr gearbeitet im Rechtsbereich und dann kam schon die erste Weiterbildung. Von daher habe ich das nicht so richtig gemerkt, dass es anstrengend ist. Rückblickend betrachtet war es das aber ehrlich gesagt, weil da viel, viel Freizeit draufgegangen ist. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich konnte viel von den Dingen, die ich gelernt habe, auch umsetzen. Das finde ich auch immer wichtig. Also man merkt sofort, wo der Profit herkommt quasi. Von daher bin ich jetzt ganz froh, dass ich nur noch sporadisch tatsächlich hin und wieder an die Uni gehe, um mich mal ein bisschen weiterzubilden oder neue Impulse zu bekommen. So wie früher in meinen Zwanzigern möchte ich es nicht mehr haben. Aber es war trotzdem eine tolle Zeit. Hat mir viel Vergnügen bereitet. Aber das zeigt ja, dass diese Diskussion, die wir führen über das lebenslange Lernen, damals bei Ihnen schon tief im Kopf verankert war. Und so wie Sie es jetzt beschreiben, leben Sie es heute noch, dass Sie sagen, man kann nicht stehen bleiben. Wo bilden Sie sich denn heute noch weiter, wo Sie sagen, da gehe ich dann doch mal in den Seminarraum und will mal wissen, wie das funktioniert? Ja, das ist natürlich heute zeitlich echt ein bisschen schwieriger als damals. Das muss ich schon ehrlich sagen. Aber ich bin nach wie vor an der Leibniz-Uni hier in Hannover am Institut für Arbeitswissenschaften eingeschrieben. Und von Zeit zu Zeit schaffe ich es tatsächlich auch mal, einen Kurs zu neuen Arbeitsmethodiken, Arbeitszeittechniken etc. Tatsächlich daran teilzunehmen. Ich versuche viel über die Hans-Böckler-Stiftung, mich weiterzubilden, die ein gutes Weiterbildungsprogramm auch für Aufsichtsräte und Vorstände haben. Und tatsächlich profitiere ich aber davon, dass ich auch Referenten habe in meiner Arbeitsstelle, die mir auch viele neue Dinge zuarbeiten und neue Impulse damit auch bei mir vorkommen lassen. Also ich habe Gott sei Dank ganz viele Leute, die heute auch für mich mitdenken. Wenn wir mal auf die Jugendlichen von heute gucken. Früher war das ja oft so, dass das auch so ein Traumberuf war. Österreich werde Straßenbahnfahrer, ich werde Busfahrer. Ist das heute noch so? Ist das heute schwieriger geworden, weil das vielleicht nicht mehr so der erste Traum ist, der vielen jungen Menschen so im Kopf herum schwirrt? Also schwieriger ist es schon geworden, aber die Liebhaber gibt es heute noch und die Liebhaberinnen mittlerweile auch. Vor 30 Jahren waren es ganz oft nur Liebhaber, mittlerweile auch Liebhaberinnen, was ich echt schön finde. Das gibt es immer noch und trotzdem merken wir, dass wir viel auf Messen gehen, viel Werbung betreiben müssen, weil auch bei uns der Fachkräftemangel einfach einschlägt. Das ist tatsächlich so, ja. Und wenn Sie mal in die nächsten zehn Jahre gucken, wir haben jetzt diese Boomer-Generation, die gehen jetzt auf einmal alle in Rente. Na ja, auf einmal, das ist ja vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Also Sie gehen jetzt in Rente. Was heißt das für die Östra? Wie viele Menschen, wie viele Köpfe fehlen Ihnen dann in den nächsten zehn, 15 Jahren, die Sie alle ersetzen müssen wahrscheinlich auch? Schon alleine geplant sind es in den nächsten zehn Jahren etwa 700 Mitarbeitende, die das Unternehmen einfach verlassenweise in Rente gehen. Es sei Ihnen gegönnt, wenn man dann mit einer Fluktuation, also jemand, der das Unternehmen freiwillig verlässt, warum auch immer, anderen Job, andere Stadt. Wir rechnen da mit circa vier Prozent. Das ist relativ wenig. Also es gibt Branchen, die rechnen mit viel, viel mehr freiwilligen Weggängen sozusagen. Aber da liegen wir bei über 1.000, 1.400 Stellen, die wir in den nächsten zehn Jahren besetzen müssen. Das ist natürlich eine riesen, riesen Herausforderung. Und um jetzt ins Verhältnis zu setzen, ich glaube, Östra hat so 2.300 Mitarbeiter. Wir werden etwas mehr als die Hälfte der Östra. Das betrifft jetzt erstmal nur Östra, nicht Regiobus. Genau, aber von Größenverhältnissen ist es bei Regiobus ähnlich. Das heißt, dass wir ungefähr 60 Prozent unserer Belegschaft einmal austauschen müssen in den nächsten zehn Jahren. Ist sowas machbar? Oder muss man von Anfang an sagen, ja natürlich werde ich nicht 60 Prozent ersetzen können. Ich werde an einigen Stellen Dinge anders organisieren müssen, weil ich nicht 60 Prozent bekommen werde. Letzteres ist der Fall. Das wird nicht funktionieren. Natürlich gehen wir so ran, als ob es funktioniert. Alle unsere Kräfte zentralisieren wir darauf. Im Personalbereich, im Recruiting, eigenen Recruiting-Bereich, schon vor Jahren gegründet, von dem wir heute schon sehr profitieren, weil professionelles Recruitieren einfach sehr wichtig ist. Das war nicht etwas, was in Verkehrsbranchen üblich ist. Haben wir aber Gott sei Dank schon vor, ich glaube vor sieben Jahren ungefähr angefangen. Da profitieren wir sehr von jetzt. Trotzdem werden wir die Gelegenheit nutzen müssen, um auch bei uns in Digitalisierung stärker einzusteigen. auch nicht so einfach für eine Verkehrsbranche, die in der Regel sehr alt ist. Wir sind über 130 Jahre alt und tatsächlich auch von schwieriger Finanzierung geplagt sind. Also wir können leider nicht immer so investieren, wie man es vielleicht bräuchte, um in moderne Arbeitsprozesse zu investieren. Wir machen das nach und nach, es funktioniert auch gut, aber wir werden die Gelegenheit nutzen müssen, um dort auch autonomere, effizientere Arbeitsprozesse herzustellen und weniger Mensch haben zu müssen. So schwer mir das als Arbeitsdirektorin auch fällt zu sagen, aber das ist die Wahrheit, ja. Das finde ich hat ja immer zwei Seiten, weil auf der einen Seite ist man als Unternehmen darauf angewiesen, dass man das irgendwann so machen muss. Auf der anderen Seite ist es vielleicht für den einen oder die andere auch so ein Stopper, die sich denken, naja, wenn die Bahn ja in 10, 15 Jahren autonom fährt, warum soll ich dann noch Straßenbahnfahrerin werden? Das lohnt sich ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Wie gehen Sie damit um, dass die jungen Menschen sagen, nee, lohnt sich schon noch? Ja, das ist ein Dilemma, auch wenn ich nicht glaube, dass wir vielleicht in 10 Jahren, 15 bis 20 Jahren, glaube ich, ist realistisch, tatsächlich autonomes Fahren auf der Straße zu sehen, mit der Straßenbahn oder mit der Stadtbahn, wie es bei uns heißt. Auf den Betriebshöfen wird das eher kommen und es ist zweigeteilt. Also zum einen gerade insbesondere so in Werkstätten kann man schon versuchen, Kollegen und Kolleginnen beizubringen oder aufzuzeigen, wo Arbeitserleichterung damit passieren kann. Das andere ist, wo ich glaube, wo wir eine Verantwortung haben, insbesondere wenn wir junge Kollegen und Kolleginnen einstellen, wir haben eine Fachausbildung. FIF heißt die Fachkraft im Fahrbetrieb für Stadtbahn und für Omnibus. Das ist eine sehr breite Ausbildung, die sich nicht nur, in Anführungsstrichen, nur mit Fahrdienst auseinandersetzt, sondern mit Kundenservice, mit leichten Werkstatttätigkeiten, vielleicht auch mit schwereren Werkstatttätigkeiten, also ausgebaut. Und das Stichwort da ist für mich Flexibilität, weil wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht so ganz genau, was in 20 Jahren ist. Und wenn jemand mit 21 fährt, ist der Anfang 40, da hat er noch ein paar Tage vor sich oder sie. Und das heißt, dass wir sehr darauf bedacht sind, Kollegen und Kolleginnen auch flexibel zu halten, einsetzbar und im Zweifel vielleicht sogar unterstützen können, irgendwann mal einen anderen Berufsweg einzuschlagen. Stichwort lebenslanges Lernen. So ist das. Für uns alle dann essentiell, weil die Welt verändert sich radikal und sehr schnell. Wir haben eben schon mal im Vorgespräch kurz über das Thema Frauen gesprochen. Wir reden ganz oft darüber. Ich habe manchmal so den Eindruck, für eine Östra ist es sogar fast noch ein bisschen leichter, als Frauen zu gewinnen. Wenn ich jetzt so ein metallverarbeitender Betrieb bin, diese kernigen alten Männerberufe, die man sich so vorstellt, die übrigens ja heute auch oft gar nicht mehr so sind, wie man sie sich mal vorgestellt hat, ist es vielleicht noch schwieriger. Wie gehen Sie daran, wie erhöhen Sie eine Frauenquote, wie gewinnen Sie mehr junge Frauen, die ja ein Schlüssel werden, einfach auch bevölkerungstechnisch für so ein Unternehmen? Ja, es ist verrückt, dass Frauen auf einmal wieder modern geworden sind. Aber es ist auch für uns ambitioniert. Also tatsächlich scheint es eine Hürde bei dem Busfahrpersonal zu geben, warum auch immer. Stadtbahn fällt uns leichter, Frauen zu rekrutieren. Beim Bus können wir es uns nicht so hundertprozentig erklären, weil auch da wir die Möglichkeit bieten, eine Ausbildung, mit einem Busfahrschein hier bei der Östra zu absolvieren und damit in einer Ausbildungsumgebung, die eigentlich sehr angenehm ist in meiner Wahrnehmung. Aber tatsächlich war das schon ein harter, harter Weg die letzten 20 Jahre. Naja gut, okay, 30 Jahre. Ich gebe es ja zu. 30 Jahre bin ich hier. Ich habe angefangen bei der Östra, da waren wir, glaube ich, so ungefähr 6 Prozent Frauen. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 22 Prozent. Und das war wirklich mit harter Arbeit verbunden, mit viel Werbung, mit viel Umstellen von Dienstplänen. Weil auch dort geht es darum, dass oft Frauen diejenigen sind, die nach wie vor die meiste Care-Arbeit zu Hause leisten. Egal, ob es Kinder- oder Elternteile sind. Das wirkt sich in Arbeitszeitmodellen aus. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das sind zentrale Themen. Einfach lebensphasenorientierte Dienstplanung ist wirklich ein Thema. Womit wir gerade experimentieren und ganz erfolgreich experimentieren in der Werkstatt. Da sind schon noch auch körperlich schwerere Tätigkeiten erforderlich. Nicht mehr so wie früher. Das stimmt schon. Das hat sich schon verändert in der Branche. Aber nach wie vor ist es sehr körperliche Tätigkeit. Wir experimentieren jetzt gerade mit Exoskeletten. Also aus der Automobilbranche und ähnliches kennt man schon. Wir werden mal ganz gespannt, wie wir das bei uns einsetzen können. Davon profitieren dann nicht nur Frauen, auch Männer, die dadurch in die Gesunderhaltung investieren können. Aber unsere Maxime ist zu versuchen, so gut es geht, auch Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um eigentlich einen Lebensalltag und Arbeitsalltag im Betrieb wirklich gut möglich machen zu können. Und dadurch hoffen wir natürlich auch, Frauen anzulocken. Einfach mit modernen und unterstützenden Arbeitsmitteln. Und wer sich so ein Exoskelett mal ansehen will, der kommt zur Ideen-Expo-Roadshow. Denn wir haben so ein Exoskelett dabei. War ja am Freitag gerade in Wolfsburg und da hat die Geschäftsführerin der Autostadt sich mal so ein Exoskelett angezogen und hat eine schwere Kiste gehoben, die dadurch viel leichter wurde. Das ist eine super Erfindung, die vielen Menschen im Alltag wirklich hilft. Ja, das ist echt der Knaller. Und über Kopfarbeiten. Eins der Top-1-Themen, was anstrengend ist, über Kopfarbeiten. Geht damit nicht, mit dem, was wir da haben. Aber ich habe gehört, es gibt diese Exoskelette ganz genau. Genau. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, es kommt auch viel auf Flexibilität an. Weil was Sie gerade beschrieben haben, was auch oft eine Hürde ist, ist, dass Frauen auch politisch-gesellschaftlich immer noch sozusagen in anderen Modellen verhaftet sind. Die können Sie nicht ändern als Unternehmen. Sie können aber als Unternehmen mehr Flexibilität möglich machen, um zu sagen, okay, wenn sich das gesellschaftlich nicht ändert, stelle ich mich aber zumindest hier darauf ein, um mehr Eintrittsmöglichkeiten zu schaffen. Genau. Es ist nicht ganz so einfach, weil wenn man sich so an das Kerngeschäft der Östra erinnert, dann sind wir eigentlich diejenigen, die auf die Minute, Sekunde quasi genau eigentlich wissen, wo unser Personal ist. Zumindest bei dem größten Teil unseres Personals. Also eigentlich genau das Gegenteil von Flexibilität. Das ist schon manchmal ein Dilemma zwischen sekundengenau getaktet und eigentlich aber viel Freiheit und Autonomie in der Arbeitszeit geben wollen. Aber das geht nicht anders. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Das sind die Ansprüche, die in uns herangetragen werden. Vollkommen zu Recht, finde ich in meinen Augen. Wir sind da schon gute, gute Schritte gegangen. Tatsächlich ganz viele Kollegen und Kolleginnen haben davon schon profitiert. Aber da kann man nicht stehen bleiben. Also da muss man weitermachen und weiter Dinge ausprobieren, wie Arbeitszeitmodelle noch aussehen können. Sie haben das ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie als ÖPNV-Unternehmen eben nicht so ganz autark sind. Da sind viele Gegebenheiten, auch politische um Sie herum, von denen Sie abhängig sind. Und wenn so eine Region Hannover zum Beispiel sagt, bis 2035 halbieren wir den Autoverkehr, ist das ein hehres Ziel. Aber es hat ganz viel mit Ihnen zu tun. Und da habe ich gestern Abend überlegt, das kollidiert ja total. Also Sie kämpfen um Fachkräfte. Sie haben diese 60-Prozent-Thematik gerade vorhin angesprochen. Gleichzeitig wird aber ein Ziel auferlegt, was automatisch ja auch mehr ÖPNV-Angebot bedeutet. Kollidiert das zu stark? Setzen wir Ziele, ohne zu bedenken, dass Menschen am Ende das auch umsetzen müssen? Also mich würde das mehr beunruhigen, wenn das Ziel ausgegeben wird, ohne gleichzeitig Verbündete zu haben, den ÖPNV auszubauen. Das ist ein hehres Ziel. Ich glaube, das braucht man aber, weil das schon gesellschaftsrüttelnde Thematiken sind. Das wird viel für Aufruhr sorgen und auch vielleicht nicht ganz einfach und nicht für jeden zufriedenstellend zu lösen sein. Und deswegen ist meine Beruhigung, die ich da eher drin habe, tatsächlich, dass ein groß oder größer durchdachtes Thema, auch Ausweitung ÖPNV, mitgedacht wird. Weil sonst wäre es schwierig. Was nützt mir die Reduzierung des Autoverkehrs, wenn ich sonst aber keine Wege habe, um Menschen zu befördern? Oder Fahrradwege oder ähnliches. Das ist ja ein Komplettpaket. ÖPNV ist ein Baustein, ein großer Baustein, keine Frage, aber eben ein Baustein davon. Das kann Hand in Hand gehen. Aber ich glaube halt einfach zutiefst, dass man auch Visionen und Ziele haben muss, auf die man zusteuert. Ich glaube auch, dass das die Menschen brauchen, ehrlich gesagt. Und das ist wenigstens ein Ziel, wo man sich gut hinter einreihen kann. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist die Zahl 2035. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so eine Strecke nach Hemmingen anguckt, von der ersten Idee bis zu dem Tag, wo der Zug fuhr, waren es 30 Jahre. Wem sagen Sie es? Und da finde ich elf Jahre sehr sportlich gedacht. Also müssten wir nicht sagen, okay, wir brauchen Menschen dafür, die das machen. Wir werden Geld dafür brauchen, damit das stattfindet. Aber ehrlicherweise, wir brauchen auch vollkommen andere Regularien, weil in der Fristsetzung werden wir natürlich keine neuen Strecken haben. Jedenfalls nicht, wenn wir so arbeiten wie in den letzten 30 Jahren. Wenn Sie in Stadtbahn denken, aber es gibt ja noch einen zweiten Verkehrsträger im ÖPNV, nämlich den Bus. Und der Bus wäre einer, der extrem davon profitiert, wenn es autofrei wäre. Also autofrei darf nicht busfrei heißen, das ist schon Voraussetzung dafür. Aber mit einem Busnetz ist man natürlich zumindest bis Realisierung von Strecken erweitern oder Stadtbahn um einiges flexibler und ehrlicherweise auch so flexibel, dass man relativ Fahrplan zu Fahrplan auch andere Fahrschwerpunkte setzen kann. Viel schneller Neubaugebiete anbieten kann etc. Also das muss zusammengedacht werden, darauf will ich hinaus. Das Rückgrat mit Stadtbahn muss weiter gedacht werden und mindestens bis zur Realisierung muss Bus gedacht werden. Und beides ist ambitioniert in der Umsetzung, Bus allerdings doch um einiges schneller als Stadtbahn, weil viel, viel Planungsleistung wegfällt. Und natürlich erhoffen sich viele Planungsleistende, dass vielleicht so ein Verfahren schneller gehen würde. Aber das sind politische Beschlussfassungen und bürokratische Beschlussfassungen für notwendig. Ich bin total dankbar, dass mir endlich mal jemand zustimmt, weil in jeder Verkehrsdebatte melde ich immer Zweifel an Schienenfahrzeugen an, weil ich immer denke, das ist halt eine Technik, die ist einfach 150 Jahre alt. Und die ist extrem aufwendig, weil ich muss das erstmal alles bauen, ich habe wahnsinnig viel Bautätigkeit davor und wenn irgendwas auf der Schiene ist, dann geht nichts mehr. Bei einem Bus, wenn das ein Elektrobus ist oder ein Wasserstoffbus, ist der halt total flexibel, wie Sie es gerade sagen. Ich kann ganz viele Gebiete, die ich auch in 30 Jahren möglicherweise mit Schienen nicht erreichen werde, anbinden. Also ist der CO2-freie Bus das eigentliche Zukunftsmodell, weil die Straßen sind ja da, da muss ich nicht erst was bauen? Nein, weil sie werden nie so viele Busse haben können, wie es eine Drei-Wagen-Zug-Stadtbahn erst tatsächlich schafft. Also es ist die Kombination, es ist einfach die Kombination aus gutem Busverkehr, vielleicht auch in Gebiete, die man nicht gut mit Stadtbahn erschließen kann und gutem Stadtbahnverkehr, Drei-Wagen-Züge, da hat Hannover auch wirklich ein gutes System mit, wir nennen das immer so schön, mit der Behängung regulieren. Also tatsächlich, wie lang ist dieses Fahrzeug mit 75 Metern, da müssen Sie schon ganz schön viele Busse auf der Straße dann haben, es muss optimale Verhältnisse auch auf der Straße geben. Also die Kombination macht es gutes Stadtbahnnetz und ein gutes Busnetz für alle Gebiete, die sonst schwer zu erschließen sind. Ich würde gerne zum Schluss ein Thema nochmal anschneiden, Frau Hain. Indirekt haben wir schon so ein kleines bisschen drüber gesprochen, auch über die Frage, wie modern kann man sein, trotzdem geht es hier um Minutentaktung. Das ist das Thema New Work, ist in aller Munde, wir reden alle drüber, aber in Wirklichkeit gilt es natürlich nur für eine bestimmte Anzahl von Berufen. Ich werde in einem Straßenbahncockpit vermutlich immer weniger New Work haben, als ich es jetzt hier in einem Büro mit uns beiden haben werde. Ist das auch ein Nachteil für Sie, weil Sie eben in bestimmten Berufen unterwegs sind, es betrifft die Supermarktkassiererin genauso, wo das halt nicht funktioniert, wo die schöne neue Welt niemals so ankommen kann, weil es einfach systemisch nicht geht? New Work sind ja auch generell erstmal Arbeitsmethoden innerhalb von Projekten, innerhalb von Verwaltungen. Da schließen sich dann halt per se ein paar Berufsfelder aus. Trotzdem hat man die Herausforderung zu gucken, was sind denn dann andere Teile, die modernisierungsbedürftig und auch modernisierungsfähig sind. Und so ein Cockpit in der Stadtbahn, unfassbar spannend, was da alles passiert. Mittlerweile Videotechnik, die Einzug erhält, was viel, viel Arbeiten leichter macht, für Kollegen und Kolleginnen den Überblick zu behalten. Ist trotzdem immer schwierig auf einem vollen Bahnsteig, aber auf jeden Fall ein Hilfsmittel. Es gibt unterstützende Fahrsysteme, die das Leben leichter machen, ob es Bremsassistenten sind, ähnliches. Das ist alles übrigens auch so Einstiegsform ins autonome Fahren. Da kann man Erleichterungen verschaffen. Ich glaube, dass der Zauberpunkt gerade für den Fahrdienst ist oder der Knackpunkt, ist beides ein wundervoller Moment, aber auch eine schwierige Herausforderung, ist Zeitautonomie den Kollegen und Kolleginnen zu gewähren. Ich glaube, man muss da Einfluss und Möglichkeiten zur Einflussnahme gewähren, wo es geht. Das ist vor allen Dingen Arbeitszeit im Fahrdienst, also Gestalten von eigenen Dienstplänen zum Beispiel, Wunschdienstpläne. Alles Dinge, die man ausarbeiten und ausprobieren kann. Und im täglichen Leben, im Fahrleben wird es ehrlicherweise schwierig. In der Werkstatt geht es genauso. Was kann man denn alles über, wenn sich in manche Werkstätten gucken, was da noch für Zettelwirtschaften sind, Arbeitsberichte. Es geht alles modernisierter heutzutage über irgendwelche mobilen Endgeräte zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die man einführen kann. Nicht so wie in der Verwaltung New Work mit, ich suche mir jeden Tag mal ein neues Büro aus, aber in Ansätzen wird es auch in den anderen Berufsfeldern gehen. Man muss sie manchmal nur suchen und ein bisschen Stärke und Willen haben, das auch umzusetzen, weil man manchmal doch gegen alte Strukturen ankämpfen muss, wie im echten Leben halt. Neue Strukturen, eine gute Chance, um junge Menschen zu gewinnen. Vielleicht letzter Punkt, Suspense ist ja so ein Begriff, der immer wieder durch die Gegend wabert, weil die Gen Z schon guckt, wo arbeite ich eigentlich. Ist das am Ende der Benefit, um zur Östra zu gehen, weil man sagen kann, wenn du in deiner Kommune was Sinnvolles machen möchtest, viel mehr Sinn geht eigentlich nicht, um an der Verkehrswende mitzuarbeiten, um Menschen einfach jeden Tag das Leben ein bisschen zu erleichtern. Ist das sozusagen eigentlich das eigentliche Pro für die Östra? Wenn Sie mich fragen, stehen wir auf der guten Seite der Macht, das ist so. Tatsächlich, das war schon immer so. Also insbesondere aber seitdem wir auch nochmal verstärkt vor ungefähr zehn Jahren sehr früh für die ÖPNV-Branche übrigens in Elektromobilität eingestiegen sind. Und das als unser Ziel erklärt haben, das Thema Nachhaltigkeit viel, viel weiter voranzutreiben. Auf den Höfen, im Kleinen, im Großen, jeden hier in der Belegschaft zum Teil von nachhaltiger Östra zu machen. Das war uns relativ früh klar, dass das erstens uns gut zu Gesicht steht, es unfassbar verantwortungsvoll ist und ehrlicherweise auch unser Selbstverständnis ist. Von daher glaube ich, ist das schon ein Fund, mit dem wir werben können. Vielleicht sehen wir das manchmal gar nicht so, weil das zutiefst ehrlich von uns so gelebt wird. Immer mal mehr oder weniger gibt es noch Handlungsfelder, keine Frage. Also wir sind ja am Ende des Tages auch nur ein Laden mit Menschen drin. Aber das große Verständnis, was wir hier füreinander haben, ist, dass wir eine nachhaltige Branche sind und eine zukunftsorientierte Branche. Und vielleicht ist das uns manchmal gar nicht so bewusst, wie es uns für neue Bewerbende guttun würde, damit auch nach außen zu gehen. Wir leben es einfach schon so lange. Denise Hain ist nicht nur Arbeitsdirektorin der Östra, sie ist auch noch auf der guten Seite der Macht. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen bei Ihnen. Dankeschön, dass Sie hier waren. Und alle Ideen Expo Podcasts, die gibt es wie gewohnt bei uns natürlich im Newsroom, natürlich überall auch da, wo es Podcasts gibt. Mit Niedersachsens Kultusministerin Julia Hamburg haben wir zum Beispiel über die Zukunft der Berufsorientierung gesprochen, keine 300 Meter entfernt von hier im Studio von Radio Hannover. Wenn man das noch nicht gehört hat, dann sollte man das jetzt ganz dringend machen an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten und bis bald. Vielen Dank.